Schönen guten Tag und herzlich Willkommen zu BIMA TV. Heute habe ich die besondere Ehre, Ihnen ein ganz besonderes Highlight in unserem Produktportfolio zu präsentieren, und zwar unseren neuen Touring 820. Der Touring 820 ist ein Luxusfahrzeug mit einer ganz neuen optischen Ausstattung, und zwar haben wir vorne und hinten jeweils eine 180 Grad Panoramasicht. Der Touring ist ein langes Traditionsfahrzeug in der Erwin-Hümer Group, einer der ersten Wägen von Hümer direkt, und ist nach wie vor mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Hier vorne kann man ganz deutlich diese typische Touring-Struktur erkennen, diese Pfeilform im Vordergrund, um einfach die Aerodynamik beim Fahren besser zu haben wie bei allen anderen Wohnwegen. Absolute Highlights bei dem Wohnwagen sind in dem Fall die serienmäßig hydraulische Obstützanlage mit elektrischen Stützen. Diese nivelliert sich selbstständig komplett in Waage. Die hydraulische Obstützanlage fährt einmal komplett runter. Bei unserem Wohnwagen speziell haben wir noch einen Mover mit aufgerüstet, eine Gasaußensteckdose, sowie einen Außenstromanschluss und natürlich eine Sattanlage mit zwei Fernseheren, um vorne und hinten ganz bequem die schlechten Tage zu genießen. Eine optische Besonderheit ist in dem Fall auch eine schwarze Deichselabdeckung, die den unteren Zierstreifen nach vorne zur Deichsel fortsetzen. Im vorderen Bereich haben wir natürlich wie bei jedem Wohnwagen auch den Gaskasten. Hier speziell zu sehen ist eine Gasumschaltanlage, speziell für die Wintermonate, dass man hier nicht die Gasflaschen umschalten muss. Ein weiteres optisches Highlight ist unsere Akzentbeleuchtung im mittleren Rahmen des Touring. Diese ist in einem schönen blauen Licht und natürlich auch wir alle Lampen. Ein paar weitere Highlights im Außenbereich sind bei unserem Fahrzeug ein Antischleudersystem, das das Fahrzeug vor dem Schleudern schützen soll. Die Funktion ist ähnlich wie beim PKW das ESP. Ein GFK-Dach ist einfach ein unempfindliches Dach, wodurch halt keine Dellen entstehen können. Speziell im Winterbereich haben wir in den Stauräumen doppelte Böden verlegt, um die Luftzirkulation optimal zu gewährleisten. Der Touring hat natürlich nicht nur Außen-Highlights, sondern auch im Innenbereich. Diese schauen wir uns jetzt an. Das erste Highlight haben wir natürlich direkt beim Reingehen bemerkt, ist diese extra breite Komfort-Eingangstür, die dann direkt in unsere Komfort-Lounge-Sitzgruppe geht mit unserem 180 Grad Panoramablick und einem Fernseher, wie man ihn von daheim kennt. 32 Zoll und unten ein kleines Weinregal. Ein in meinen Augen absolutes Design-Highlight ist die wunderschön designte Küche. Wir haben ja einen zwei Flammenkocher integriert in einer C-Form, die Küchenschubladen mit einer Zentralverriegelung und natürlich standardmäßig mit Besteckkasten. Direkt nebenan haben wir einen kleinen Apotheka-Auszug. und hier hinten Stauraum für beispielsweise Wein- und Essigflaschen. Und im oberen Dachstauschrank haben wir einmal die Kapselhalter für die Nespresso Caffeine. Im oberen Bereich haben wir einen elektrischen Dachhaubenlüfter. Dieser lässt sich unter anderem sehr gut als Dunstabdurchsauber verwenden. Direkt hinten dran für die heißen Sommermonate haben wir eine Klimaanlage verbaut und natürlich für die Erfrischung ein ca. 150 Liter Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank als kleine Besonderheit. Dieser funktioniert nicht über Gas, sondern nur über 12V und 230V und hält seine Temperatur immer im Vergleich zum Absorberkühlschrank. Der Absorberkühlschrank hält im Normalfall 25 bis 28 Grad unter Umgebungstemperatur. Der Kompressor ist da einfach leistungsstärker. Vorne und hinten haben wir jeweils einen raumhohen Kleiderschrank. Hier haben Sie demnach genug Möglichkeiten Klamotten zu verstauen. Kommen wir nun zum Nasszellenbereich des Wohnwagens. Hier integriert in diesem Komfortbad haben wir einmal die Banktoilette, ein komplett integriertes Waschbecken ohne Ränder, wo Wasser dahinter laufen kann und eine separate Dusche. Des Weiteren haben wir hier an der Tür einen raumhohen Spiegel, um sich perfekt für die Abendgala vorzubereiten. Im Heckbereich haben wir eine riesengroße Liegefläche. Diese ist circa 2 x 2 Meter in der Größe. Hier diesen V-Ausstieg, damit jeder noch separat ein- und aussteigen kann. Kann auch noch komplettiert werden, dass man wirklich den kompletten Heckbereich als Bett hat. Als Highlight im hinteren Bereich haben wir einen zweiten Fernseher verbaut, um hier einfach im Bettdach noch mal gemütlich entspannen zu können. Eins weiter vorne haben wir eine Trenntür, um den hinteren Bereich komplett blickdicht abzuschließen. Ganz besonders auch im Heckbereich die 180 Grad Panoramasicht zusammen mit der Panoramadachluke. Kann man hier wunderschön den Urlaub genießen. Hier im oberen Bereich über der Eingangstür haben wir unsere Technikzentrale, das heißt die Steuerung für die Sattanlage, die Entleerung für den Abwassertank, die Abwassertankheizung sowie die Lichtsteuerung für außen. Was den Wohnwagen noch mal in die Zukunft mitnimmt, ist einfach unser Entertainment System bzw. unser Smart Home System. Dieses lässt alles steuern, Frischwassertank, Abwassertankanzeige, Batterieanzeige, die Heizung lässt sich darüber einspielen und vor allem ist es zukünftig absteuerbar. Ein letztes Thema noch, Frisch- und Abwassertank. Ist jeweils Unterflur, isoliert und beheizt. Hat einfach den großen Vorteil, dass der Schwerpunkt tiefer sitzt und man mehr Stauraum zur Verfügung hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar schöne Eindrücke von unserem Turing 820 präsentieren. Der Wagen steht ab sofort in unserer Verkaufshalle in Wertheim bereit. Wir laden Sie herzlich zu einem Besichtigungstermin ein. Unsere Verkaufsberater stehen Ihnen natürlich gerne beratend zur Seite. Dies können Sie gerne per Telefon, E-Mail oder direkt persönlich vor Ort machen. Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal noch abonnieren. Lassen Sie einfach einen Daumen da. Über ein kleines Feedback würden wir uns natürlich auch freuen. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Krise. Einen schönen, raumhohen Kleiderschrank. Nicht Spiegel. Wollen wir mal an? Ja. Des Weiteren haben wir hier an der Tür einen raumhohen Spiegel. Um sich perfekt für die Abendgala vorzubereiten. Ihnen unsere Verkaufsberater zu Rat & Tat. Mit Rat & Tat bei Rat & Tat. Der Wohnwagen steht ab sofort bei uns in der... Danke. Ende.